ja hallöchen meine lieben balkongärtner schaut mal was ich mir hier für einen salat gemacht habe aus dem eigenen garten bzw balkongarten hier eine blüte von der kapuzinerkresse dann etwas feldsalat dann habe ich hier frischen petersil den ganz den jungen genommen dann hier hinten sieht man die kapuzinerkresse dann habe ich hier den den trieb von dem fenchel genommen dann habe ich hier noch etwas zucchini blüten und als unterlage etwas eichblattsalat mit eisbergsalat und etwas olivenöl balsamika essig salz pfeffer einfach genial schaut ich das mal an sieht so nicht ein leckerer salat aus also gourmet das wort trifft es auf jeden fall bis zum nächsten mal euer christian